hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal glück oder kann richtig wenn das will ich begrüße euch hier op glück oder können seiner neuen runde richtig rom company wie das war doch erst am sonntag zuletzt ja aber heute ist dienstag regulär 17 30 alle zwei wochen rock company hier auf meinem kanal ja was soll ich sagen pech gehabt los geht's die in der match und der einmarsch der gladiator heute spielen wir nun möchte ich hab bock drauf ich hoffe auch wenn ja dann ja wenn nein dann nein was war das für ein outfit für mac ja und los geht's ich würde sagen wir haben spaß auf der windseite aber immer die karte windseite heißt ich weiß es nicht vielleicht ist das da extrem windig wo die stadt gebaut wurde ist aber neue school karte und wir haben jetzt ein bisschen spaß versuchen paket zu machen und ein paar gegner auszunocken ob das funktioniert die haben die ja was soll ich sagen habe die letzte beiden videos von ihrer kamen wie gesehen am wochenende und dann wisst ihr dass es nicht geht ja hinter uns hinter uns nah ich sehe es gerade ich sehe es gerade wort der herr das fängt ja schon echt gut an das fängt echt gut an gut ich meinen gleich geht aber was soll das denn ja ich glaube dass da war von juke und ich habe natürlich nicht beachtet ja immer noch nicht genug geld um die ak zu soll die karte zu tun also fängt schon mal wieder echt gut an also ich bin schon wieder echt schlecht dabei ja natürlich kein problem alles klar soll da das noch mal nein aber genau bin dabei bin dabei bin dabei bin dabei ein von euch hielig ok ein kill den sie weniger kriegen jetzt so geht das bei team wird match immer verhindern dass die gegner ein team kriegen deswegen nein ja natürlich ich habe auch gar nicht auf sie geschossen sondern auf ihm aber passt schon ok jetzt machen wir es mir die ak-zolika fertig dann gehen wir mal hier drauf weil irgendwie sieht die interessant aus naja ich glaube so nahkampf ist gar nicht mal so scheiße eine der waffen hat eine tarnung drauf was das wohl bei mir heißen selten charakter die ich benutze oder so keine ahnung ja nein 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 das war ihr sporn teammates kann mich einer hier entkommen haben wir kein saint in der gruppe danke viel stilen was für oder ist das klatsch ich weiß ich weiß es nicht ja man jetzt war ohne scheiß das ist danke vielen naja wenn ich nichts sonst kann dann lasse ich mich einmal die ganzen ehrlich die sind von hinten gekommen also jetzt bei uns scheiß also die runde starten schon echt bescheiden leider schlechter als die runden was war das netz alter ich habe angeblich nicht getroffen ich habe angeblich hinterher gezogen ja die ist komplett getuned und nein der gegner gewinnt ja der gegner ein teammates räumen hier gerade mächtig auf was war das nicht warum war das so laut warum ist das zu laut was ist das warum sind die sound zu laut ja natürlich echt jetzt ich will ja nichts sagen aber ich glaube der gegner schietet aha das hat funktioniert naja ist erst beim messer gelaufen oh man manchmal ist gut durch manchmal kann es so gehen manchmal läuft es manchmal nicht bitte um mg was meine granate eigentlich nicht schafft das war eine mp okay kein problem das war eine mp wie böse ist denn ihre waffe ja natürlich was ist das ist das die standard waffe die sie hat okay ich bin jetzt nicht ganz so gut die klingt irgendwie besser als sie wirklich ist wir beide ja du mit einer waffe ich mit deiner waffe ja ich war mal fünf sekunden gut und dann passiert dass die mails hallo die mails ob ich jemand zielen warum haben wir keinen zeit verdammt oh ja schredder patronen jaha jetzt wird so fanny ich gehe trotzdem mal hier außen rum vielleicht ist das der bessere point ich habe keine was hier mache habe ich versuch mal ja ich weiß dass lenzer schneller ist als andere aber das war jetzt doch gerade cheater niveau oder jetzt mal ohne scheiß wer feuer doch unser kumpel glaubt von hier und ich habe keine granaten nichts mehr die sind alle zur selben ecke ja natürlich also gefühlt kriegen wir also krieg ich auch die schnauze aber mein team ist trotzdem gleich auf ich bin einfach nur der schlechte hier ich bin sogar wieder geil warum ich immer leide oder beziehungsweise warum ich mich so dumm angeblich anstelle aber ja ich bin doch denn nun kein problem es geht immer weiter immer heiter immer lachen also die rock company videos sind irgendwie alle sehr identisch ich kassiere meine teammates holen kills wo es jucke nice hatte ich jucke nicht schon noch 10 kills bis zum sieg also mein team führt gerade diesmal habe ich mir auch sicher mit der richtigen fahrwahl ich glaube sie kommen nicht von hier auf der falschen seite der karte macht aber nichts hallo ich gehe mal hier lang mal gucken ob das eine gute idee ist genau ja natürlich ohne scheiß ich habe natürlich daneben geschossen das ist so was ich am besten kann jetzt mal ohne scheiß ich glaube die gegner obwohl wir gewinne ich rass aber auch nicht ich raffe es wirklich nicht warum mein team gerade rasiert ich aber der idiot bin ich wollte gerade werfen was etwas exklusives ja wenn ich angepasst nur so ein bisschen was soll ich jetzt dazu sagen oder davon halten jetzt mal und scheiß mein team hat gewonnen das war auf jeden fall eine gute runde ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dass man ab oder anhand die abmord kommt noch die abmord kommt noch was habe ich 17 kills nur okay zwei meiner und zwei aus meinem team sind mit auf den treppchen finde ich gut lange rede kurz sind was soll ich sagen es war wieder eine typische company runde mein team gewinnt ich leide mein team verliert ich leide diesmal mit gewonnen und wenn euch das irgendwie gefallen hat dann lasst doch mal einen daumen nach oben da schreibt was in die kommen nicht so schreibt was in die kommentare aktiviert die beiden jungen jungen glocke denn ich habe euer p glück oder köln bin hier mit raus richtig peace